so hallo jetzt probiere ich mal der wille von krotha ist ein strike und ich muss um die brühe oder was besiegen soll auf der erde sein strike ob das alles irgendwie oder auch nicht da ist der strike der neue nicht noch habe ich noch nicht gespielt immer gespannt ich bin echt mal gespannt ich will es natürlich nicht alleine ist ein strike spielen ein paar anderen leuten mit so also muss die weltzüge weiterspielen damit man halt direkt die freistellung zu anderen sachen bekommt und zwar das drei vorhin noch nicht da omni goal ist die letzte von quotas generell sie ist die architektin des erwachens ihres meisters sowie eine agentin von oryx solange sie liebt wird die saat von quotas zorn diese welt heimsuchen jage sie und vernichte die schar die sich die in den weg stellt natürlich gibt es auch irgendwo ein glitch in der map habe ich gehört da haben sie es auch schon weggepatcht gleich mal gucken wenn man sich oben irgendwo hinsetzen dann ist man da sicher aber ich es gleich finden will weiß ich nicht mehr abraten so machen wir los hier eine neue armee der schar brötet unter der himmelswacht da steckt omnivore dahinter finde sie ja jetzt auch mal es könnte ein bisschen schwieriger sein ob es ein kopf geht gucken dass ich bewusst B Oh, oh, ich habe mich nicht geholfen Die Schar stößt in gefallenen Revier vor. Oh, nein! Ja, super! Kommt von A und B oder Wart hier? Wir müssen die Welschen oben und unten hier. Wir müssen sie passen. Ich hätte noch einen Bolz geschaffen. Oh, Alter! Geht hier ab, Junge! Ach, da ich jetzt... Jungs! Schau mal. Einen neuen Strike sind schon heftiger, finde ich. Also die Horngratzen rein. Boah. Alter. Geh drauf, Junge. Ja, geht auch nicht ab hier, Junge, Junge. Die Schar hat die Plünderer aufgescheucht. Omnigul ist schlau. Benutz die Gefeilen, um dich auszuschalten. Okay, okay. Jetzt sind wir sie gelaufen, oder? Aber das halten die aus. Oh. Irgendwie läuft hier alles gut. Können sie von uns aufregen. Die Sniper, ne? Ihr sterbt nicht. Ich ziehe den Punkt nicht, weil das im Hintergrund so hell ist. Ah, der ist los. Was ist das hier? Was ist das hier? Oh-oh. Alter. Ich habe noch ein Decker hier. Oh-oh. Oh-oh. Nein, Schade, die bin hier contempt. Bekraming. Oh-oh. Woran ist die oder? Oua, oua, oua Was ist denn? Ja, ja Wie schnell ist denn der? Oua, oh, fallen die aus In Bewegung bleiben Hüther, finde Omnigol Geil, die finden die schon Oh, da kommen sie auch Oh, zweite Stage auch geschafft Gut Vom Sammeln kriege ich einen trockenen Mund Ähm, alle hinterher hier, go, go, go Hä? So So Der lädt Habe schon geschreit gekriegt, dass das Spiel auch gestützt ist Ui, ui, ui Ui, ui Wie ist das da? Ähm, hier rein Ist er hittin immer? Schau mal auf da. Hier ist ein neuer Bereich, den krieg ich auch nicht. Hä? Ein bisschen rostig das war. Das funktioniert aber noch. Russische Ingenieurskunst. Der schreit hier rum. Oh, ich werde Klipp sehen. Ich muss irgendwo ein Glitch gehen, ich weiß nicht wo. Ich werde Klipp sehen. Komm her, komm her, komm her. Ich werde Klipp sehen. Ah, ich werde Klipp. Ich werde Klipp. Da ist Omigool. Mann. Omigool. Oh, fuck. Ich werde irgendwo ein gerannt. Schreit, Leute, schreit. Ich weiß gar nicht, hier irgendwo gibt es ein Glitch. Ich weiß nicht wo. Hier gibt es ein Glitch. Hier glaube ich noch nicht. Ah, hier gibt es noch nicht den Glitch. Okay. Sie müssen gucken wo der Glitch ist. Da oben drinnen ist das Glitch Hier, da Hier ist der Glitch Nicht drauf gehen Oh Mann, ich bin da wieder Komm mir hinterher, komm mir hier Komm mir hier, komm mir hier, hier ist der Glitch Komm mir hier Komm mir hier hoch, komm mir hier Komm mir hier, komm mir hier Komm sie hoch Komm sie gut, muss sterben Jetzt geht's dir gar nichts Kommt hier hoch man, kommt hier hoch, ich werde sicher, wenn wir hier in der Ecke stehen können kann ich nichts festieren, hallo, bitte nicht Wohl nicht Ah, der ist viel Energie, doch, Mann, Mann, Mann Nö Er dürfte noch auf den Rumpen knallen, der kann wohl nicht mehr So, ich muss kurz andere Freien in die Liga Und der hier Oh, verrückt da jetzt Oh, verrückt da jetzt Oh, oh Spring, du Depp Oh Wie wir da in so einem scheiß Spiel da trefft, ey Oh Ah, das geht ja ab Ey, wer schießt hier? Kommt hier doch her Ja Kann man von hier mit der Beziehung merken, kann man nicht mehr Hehehe Super Ey Aber die fliegen auch so schnell nach dem Fernisch Schönen Hexen, jetzt gehen wir richtig auf den Hegel Ich probere hier Kann man sich veröffentlichen Das geht mit der Hegel Wohl Ehhhh Man, das dauert vielleicht Oah, die sind zum hegel viel, ich weiß nicht, über die andere P Engel oh man ey oh shit 22. 23. Verletze eines Kamerens vor der Ich habe keine Mohnie mehr. Du fachst. Du bist überhaupt nicht. Du, keine Mohnie mehr. Keine Mohnie mehr. Kann ich auch nicht mehr machen? Nein, ich habe keine Mohnie. Geh, geh, geh. Geh, geh, geh. Geh doch hier einfach hoch, Mensch. Ist doch so schwer. Was ist denn da so schwer hoch, Leute? Oh, der Mohnie gepflegt. Oh, jetzt wurde volle Munitioniert. Nur ein bisschen warten, dann geht das, ne? Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Die scheiß Wand, ey! Oh, wie ich es hasse, ne? Wie ich es hasse! Ich will den kacken Raketen dafür. Mein welcher Mist. Boah. Und die blablabla muss draufgehen jetzt hier. Neffen, die hat hier. Blah. Boah, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Man, das war jetzt aber eine schwierige Geburt hier, ey. Dann kill ich mich noch mit dem scheiß Raketenwerfer, ey. Die Agenten des Willens von Cota wurden besiegt. Die Schar wird dieses Vergehen nicht auf die leichte Schulter nehmen. Oh, 20 Punkte. Doch du, Hüter. Hast Ihnen etwas Neues zum Fürchten gegeben. Ah, nicht schlecht, nicht schlecht. Da gab es auch noch ein bisschen was, kann ich mich noch ein bisschen beruhigen. Aber... Leider habe ich ihn wollte zu verkackt, glaube ich, ne? Ja, wieder auf null oder ist nicht auf null? Ne, geht doch nicht, okay. Ah, Mann, Mann. Na, es gab gut, gut was. Toll, gar nicht. So, fortsetzen. Gehen wir schnell wieder zum Turm. So, das war jetzt hier der Wille von Cota, ne? Muss ich mich ganz schön aufregen hier. Ich sage, nutze oben den Glitch aus da oben da, diesen Raum. Da kann man gut... Am besten nicht mit dem Raketenwerfer übrigens. Hö, hö. So, bis denn dann. Danke fürs Zuschauen. Juhu. You. So, bis denn dann. Lich. Do. Vielen Dank.